Rundgang, Kabinen und alles Wichtige zur neuen AIDA Prima in nur 5 Minuten. Ich bin Schüttmex, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Viel Spaß! Mit 300 Metern Länge, 37 Metern Breite und 18 Decks bietet die AIDA Prima Platz für etwa 3.250 Passagiere, die von über 900 Crewmitgliedern umsorgt werden. Die AIDA Prima ist das erste Kreuzfahrtschiff, dessen Motoren mit Flüssigerdgas betrieben werden. Zusammen mit einer verbesserten Schiffsform führt dies zu einer deutlich geringeren Belastung der Umwelt. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Schritt im Kreuzfahrtmarkt. Hier im Theatrium finden abends immer spektakuläre Shows statt. Es ist aber auch ein Durchgang auf den Decks 6, 7 und 8 wie auch auf den anderen AIDA Schiffen. Ein besonderer Ort, den man sonst nicht oft filmen kann, die Brücke. Musik Weiter geht es mit den Restaurants auf der AIDA Prima. Wir sind jetzt hier gerade in dem Weite-Welt-Restaurant. Musik 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 Das Marktrestaurant ist bekannterweise das Hauptrestaurant und auch ein Buffet-Restaurant. auf den AIDA Schiffen. Musik 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 Neu bei AIDA ist das rundum laufende Lanai Deck auf Deck 7 und 8 mit Infinity Pools und verschiedenen Restaurant-Außenbereichen. Da die AIDA Prima das ganze Jahr über unterwegs ist, ist der eine Teil des Pools überdacht hier im Beach Club. Hier sind besondere Scheiben eingebaut, damit man auch hier drinnen braun werden kann, wo es sogar auch einen Kletterpark namens Four Elements gibt. Hier sehen wir den Kids Club und jetzt die Kunstgalerie. Musik Zuletzt sehen wir uns jetzt noch einige wichtige und auch neue Kabinentypen auf der AIDA Prima an. Wir beginnen mit der standardmäßigen Verandakabine. Die neue Lanai-Kabine mit dem Blick aufs neue Lanai-Deck kommt drauf an, ob man das mag oder nicht. Dort ist dann das Sofa nach vorne zur Veranda gebaut und hier einmal die Verandakabine mit vier Betten. Hier hat man dann das Bad und die Dusche getrennt. Ansonsten gibt es natürlich auch noch schöne Innen- und Außen-Kabinen ab 16 Quadratmetern und komfortable Suiten. Ich hoffe euch hat mein Video auf der AIDA Prima in fünf Minuten gefallen. Dann zeigt das doch mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Rechts kommt ihr zu meinem neuesten Video. Links zu einem weiteren auf meinem Kanal. Und hier in der Mitte könnt ihr mich mit einem Klick kostenlos abonnieren. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!